Sarvangasana, die Allgliederstellung. Sarvangasana ist eine der wichtigen Hatha-Yoga-Übungen. Sarvangasana besteht aus drei Sanskrit-Worten. Sarva, alle, Anga heißt Teile, Glieder und Asana heißt Stellung. Sarvangasana ist deshalb die Stellung aller Glieder, aller Teile auch und bezieht sich insbesondere auf den Schulterstand. Du magst jetzt fragen, warum ist Sarvangasana der Schulterstand? Vielleicht interessiert dich auch, wie macht man den Schulterstand, wie führt man ihn aus und was sind die Wirkungen vom Schulterstand und so weiter. Das ist jetzt nicht Thema dieses Vortrags. Wenn du da mehr wissen willst, dann geh auf die Internetseite www.yoga-vidya.de, gib dort einen Schulterstand oder Sarvangasana. Dort findest du Übungsanleitungen und Bilder und Texte und Audios und Videos zum Schulterstand. Hier geht es mehr um Sanskrit-Bedeutung. Sarva, alles, alle, Anga, Teile, Asana, Stellung. Und der Schulterstand heißt Sarvangasana, weil diese Stellung auf alle Teile wirkt. Warum wirkt sie auf alle Teile? Zum einen im Schulterstand ist das Kinn zur Brust und so wird die Schilddrüse massiert. Und die Schilddrüse ist eine der wichtigsten Hormondrüsen, hat Auswirkungen auf den ganzen Körper. Schilddrüsen-Überfunktion heißt, der Mensch ist emotionaler, er ist unruhiger, hat Schlafstörungen, er ist aktiver, Bluthochdruck kann entstehen, das ganze System ist überreizt. Also alle Teile werden dadurch beeinflusst. Schilddrüsen-Unterfunktion macht den Menschen träger, die Verdauung wird langsamer, der Mensch wird mehr essen, er wird letztlich dicker werden, er wird müder und depressiver werden. Der ganze Teil wird so entwickelt. Daher, Schulterstand hilft, die Schilddrüsenfunktion zu harmonisieren, das Vishuddha Chakra, damit das Aktivitätsniveau, damit den ganzen Körper. Schulterstand ist auch eine Umkehrstellung. Eine Umkehrstellung führt dazu, dass das venöse Blut vermehrt zum Herzen zurückkehrt. Wenn das venöse Blut vermehrt zum Herzen zurückkommt, dann wird das Herz sich besser zusammenziehen, die Fließgeschwindigkeit des Blutes steigt und so wirkt Saravangasana verjüngend für den ganzen Körper. Du bist entspannt und gleichzeitig fließt dein Blut schneller. Das führt zu einer verbesserten Nährstoffversorgung aller Zelle und Organe und dazu, dass die verschiedenen Abfallprodukte besser abgebaut werden, auch über den Kreislaufstellung aller Teile. Saravangasana hat auch mehr mystische Bedeutung. Im Saravangasana ist Umkehrstellung, ist der Bauch oben, Sonnenenergie oben, Mondenergie Stirn ist unten. Indem du die natürliche Lage von Sonne und Mond umkehrst, hat das eine große Auswirkung auf Sonnen- und Mondenergie im ganzen Körper. Sonnenenergie wird stärker, Mondenergie wird stärker, beide werden stärker und kommen ins Gleichgewicht. Dadurch wird eben Sonnenenergie stärker, Aktivitätsfähigkeit und die Fähigkeit etwas zu bewirken, Selbstvertrauen, Mut, inneres Feuer, alles wird stärker, wenn die Sonnenenergie stärker wird. Gleichzeitig wird die Mondenergie im Schulterstand stärker. Das ist die Fähigkeit zur Regeneration, die Fähigkeit zur Selbstheilung des Körpers, die Fähigkeit zur Intuition, die Fähigkeit, andere zu erfüllen und zu spüren. Wenn beides stärker wird, Sonnen- und Mondenergie, dann hat das eine Auswirkung auf alle Teile. Auch ein Grund, Saravangasana, Stellung aller Teile. Es gibt ja noch viel darüber zu sagen, schaue einfach nach auf unseren Internetseiten www.yoga-vidya.de. Gib oben im Suchfeld ein Schulterstand oder Saravangasana. Du bekommst noch mehr Informationen über Hintergrund von Saravangasana, die Wirkung davon und wie du Saravangasana ausführst. Nochmal zum Abschluss, Saravangasana, die All-Glieder-Stellung. Sarva-All-Anga-Glieder-Teile-Asana-Stellung. Man kann auch noch sagen, Saravangasana ist auch eine Einstellung im Alltag. Die Einstellung, die Haltung, Asana, alle Teile anzunehmen. Alle Teile von dir selbst anzunehmen. Alle Teile anzunehmen von den Menschen, mit denen du zu tun hast. Und alle Teile deines Schicksals. Saravangasana ist auch eine Einstellung von Santosha, von Zufriedenheit. Du gehst davon aus, letztlich macht alles seinen Sinn. Und du nimmst alles an. Nachher kannst du auch alles gestalten. Aber zunächst mal heißt es, alles anzunehmen. Saravangasana. Die Stellung aller Teile. Die Haltung aller Teile.